willkommen zurück zu let's play the legend of zelda twilight princess so wir sind wieder zurück hier in der bergruine wir waren ja kurz draußen im letzten tag und haben uns bomben besorgt wir brauchen um hier die kugel abzuschießen auf euch scheißen wir also ich habe die tante noch da im inventor da ich draußen war warum red ich so bitte da kommt kollege was willst du an dem laufen wir einfach vorbei schreiber wie gerade so ja man sollte sie auch killen das ist schon besser das nervt wo ist meine kugel wo sind meine kugeln in meiner hose ha ja so nicht eigentlich werfen so wir haben im letzten paar das hier gedreht also plan ziehen ich denke die haben wir auch gelernt die neue erhung ich habe euch sagen die neue kampf technik und kulte kunst diesmal laden diesmal können wir das abschießen mit den bomben hier soll es jetzt einfach hier hinlegen oder was wir machen das normal die bombe muss auch da rein macht sinn so wir schießen erstmal hier das weg jetzt glaube ich eine kiste ich muss auch an die herzteile denken moment das sind ja ach so in dem raum waren wir noch gar nicht da gehen wir kurz mal rein müssen wir da schon lang ich glaube da müssen wir sogar lang moment ja stimmt da müssen wir lang dann gehe ich noch mal da hinten hin mit der kugel und schießt das andere eis kaputt wenn ich da rankomme kann ich das jetzt schon laden und dann schieben da hinten das eis eier sehr schön alles da so ein bisschen zu früh na alles klar scheiß ich wollte ganz sie machen ich wollte ganz sie manchmal so komisch an sie diese nervige da ist doch eine truhe öffnen toll jetzt geben sie mir bomben gut da bin ich aber nicht rangekommen es sei denn ich hätte eine bombe alter mehr so dass ich auch immer zwei treffer brauchen das nervt auch weil wenn man die einmal schlägt dann gehen die ab wie schnitt katze so jetzt machen wir nur einmal nein hier geht nicht okay gut zu wissen das heißt wir können weiter dass das bleibt dann da stehen da ist auch noch eis komme ich da irgendwie hin keine ahnung dann gehen wir weiter war alles klar das hat ja lange gedauert so neuer raum schätze mal man darf nicht runter fallen ne boh uo eisfledermaus eine vereiste fledermaus kann ich die zufällig irgendwie runterschießen mit dem haken oder fein und bogen okay hat geglaubt so die ich auch weg machen hier ist eine kiste müssen wir voll aufpassen hätte gerade auf link was machst du also was mache ich besser gesagt geht da lang wo ist aber knapp okay da komme ich nicht lang scheiße ich denke das müssen wieder machen da bin ich runter der gerutscht oder sind die fledermäuse jetzt wieder ja ist doch gut so dann auch mal wir springen rüber sehr schön oder den habe ich vergessen boah ziemlich viele herzen ab aber ich habe hier noch eine super das bringen wir jetzt rüber irgendwie okay sehr schön alles klar eine truhe sehr schön das gibt sie nicht alter wollte mich verarschen oder was und dass die gegner immer wieder auftauchen so nervig ja oh so meine fresse ja so wie komme ich denn da jetzt rüber der ist tot dann müssen wir so rüber springen denke ich mal ja genau wow da ist noch eine kleine truhe sonst sehe ich ja aber nichts die kleine und die große truhe so und dann denke ich mal so ah ja da müsste man eigentlich vorbeikommen oder wow was haben wir denn hier also ich muss jetzt echt langsam hier an meine herzen denken und eine super gleich zu mir nehmen wenn es weiter geht oh wir haben den kompass sehr schön ja hier wusste ich dass herzteile nicht drin sind weil ich weiß wo die ungefähr sind falsch falsch da sollen wir hin oh da ist noch eine truhe also ich kann euch jetzt mal sagen wo die truhen sind mit den herzteilen äh ein herzteil ist glaube ich hier in dem hauptraum ist das der hauptraum oder ist der oben drüber ich weiß ungefähr wo die sind aber ich weiß jetzt nicht wo das auf der karte ist das sind die kugeln hier markiert und wo muss ich jetzt hin wie komme ich denn da in den raum wahrscheinlich schon achso da ist ja noch hä wie komme ich denn hier weiter da rutsche ich wahrscheinlich wieder runter oh man ich weiß gerade nicht wo es weiter geht da ist keine tür ne kronleuchter kronleuchter oh man ich bin gerade leicht verwirrt kann ich da irgendwie hoch ein stockwerk alter ein stockwerk höher nö das ist bitter hier gibt es sonst nix ne oh ich spring mal runter damit ich wieder am anfang bin ich habe jetzt keinen bock da zurück zu gehen wenn es überhaupt noch geht ich bin verwirrt was haben wir denn hier ist der raum echt nur kann doch nicht sein doch was ist unten drunter oder oben drüber da ist noch eine truhe what achso ja oben drüber aber wie komme ich da hin ich bin echt verwirrt gerade kommen wir gar nicht weiter ne was ist das eigentlich aha toll heidi dai ich dachte wir kommen hier weiter kann jetzt kommen wir hier rüber irgendwie ah moment da ist ein fenster dann müssen wir doch da lang boah ja scheiß drauf achso ich kann ja schütteln ich trinke jetzt mal von der suppe normale suppe mal schauen wieviel die bringt ja nicht viel egal egal komme ich jetzt hoch was achso toll komme ich gar nicht ans fenster oder oder so erstmal den fetzen ah warum kannst du da nicht hoch scheiß wo geht es denn weiter in dem raum ich muss da hin ich muss da ist aber zu oder ah ne den war ich noch gar nicht ich geh mal wieder in den hauptraum wenn das der hauptraum ist da lang ich bin sorry dass ich jetzt gerade verwirrt bin aber das habe ich schon am anfang gesagt dass der irgendwie bisschen verwirrend gemacht ist moment ich glaube ich weiß wie es weiter ja ich glaube ich muss mir eine kugel mit holen geht das danke link ich könnte mir glaube ich die kugel mitnehmen aber wo ist ja die wo ist die eigentlich wo ist die kugel ah irgendwo da ist die drin ich glaube die ist drin ne nein alter ja ich wollte es noch riskieren ich glaube die eisböcke gehen auch nicht kaputt wenn man da mit eis drauf schießt ja die war drin ja ich muss da muss ich ich kann die gar nicht mitnehmen ne warum kam der sound jetzt wieder alter fang mal auf den gegner zu anvisieren zu anvisieren mal gut boah die sind echt nervig da kommen wir nicht weiter bei dem scheiß alter link wow ich kann die nicht mitnehmen oh man oh man kann ich einfach eine bombe hier hin werfen scheiße okay die vereist okay ah moment vielleicht geht da ein loch da rein das glaube ich eher weniger aber ich versuche es einfach mal fucking schwer gerade oder ich check es einfach nicht so wir schießen jetzt überall rum ne das war ich war in dem richtigen raum ich musste irgendwie ich habe gar nicht geguckt kann sein dass ich da irgendwie mit dem greif hang hoch muss da war ja auch so ein ding hier unten da muss ich bestimmt irgendwo hoch ich gehe nochmal dahin also das sind jetzt wieder die gegner kaum stirbt auch ich muss hier bestimmt noch irgendwas machen das war bestimmt nicht nur für den kompass was kann es einfach nicht gewesen sein den erstmal weg machen so wow nirgends wo ich hoch kann hä ich check es nicht entweder übersehe ich was oder oh das war knapp oder es geht hier einfach nicht weiter was ist das hier achso ich denke um wieder rüber zu kommen komme ich aber nicht drauf da ist ja auch gar keine Tür ne aber da ist noch eine Truhe also in dem Raum war ich noch gar nicht da komme ich aber glaube ich nicht hin ich habe keine Ahnung wie es weiter geht achso das ist hier doch da muss man echt wieder rüber aber trotzdem wie geht es weiter muss ich echt wieder zurück aber was bringt der Raum denn hier wenn ich jetzt echt einfach nur zurück muss oder war ich hier ja hier war ich ja schon drin na klar das ist jetzt der Raum Moment das sind Truhen war ich hier schon drin auf der Seite ja klar ne was mache ich denn hier ich bin ja zum Wolf noch heute die Folge mal ein bisschen länger als die nächsten Folgen jetzt einfach da ist auf jeden Fall noch ne ja wei ich habe ich echt noch gar nicht die Schatzzone geholt man hä da ist irgendwas auf jeden Fall mit der achso nochmal wühlen hallo danke öffnen ein Schlüssel toll hä ich verstehe das nicht ach doch da war ich war ich da schon aber hier habe ich halt nicht gesehen dass da eine Truhe ist hier muss ich rüber die Kanone ist sie voll geladen zuweg kann ja auch sein ne dass da schon eine Kugel drin ist Moment ich guck nochmal da wird zwar nichts angezeigt nur im Nebenraum ich mach trotzdem mal eine Bombe rein ne ne ah Moment die ist hier oh die ist jetzt ist hier zu ding schneller alter was ist los mit mir heute es geht doch einfach geht doch einfach puh es tut mir echt leid aber ist egal verwirrt sein gehört dazu so jetzt können wir die den Hebel erstmal betätigen oder genau und dann die Kugel darüber schaffen hallo ich will mich jetzt noch genau davor stellen genau alter hä geht das nicht so doch man muss nur genau trafen achso und dann von da aus das rüber holen und dann können wir das freimachen da war da konnte man noch was machen ich weiß link yay wow boah link du gehst mir manchmal auf den Sack mit der mit deinem scheiß Schwert alter so die werfen wir da rüber geht es ein bisschen schneller naja so aber hauptsache wir kommen weiter so sehr schön das drehen wir gleich noch wir nehmen jetzt erstmal hier die Kiste 5 Bomben ähm ich drehe es einfach mal da lang achso die die Kugel habe ich vergessen ey da bin ich eingeschaltet achso da muss ich wahrscheinlich kann ich zuerst laden und dann noch drehen das könnte auch gehen das hätte ich eben dann auch machen können warte da war noch eine Kiste ne aber ich glaube das ist egal so jetzt die Bombe jetzt geht es um Zeit ah fuck da muss ich doch direkt drehen ich dachte ich muss noch ein bisschen warten bis die Bombe explodiert so Alter link dann drücke auch meine Fresse jetzt hier nicht meine ganzen Bomben verschwenden heute geht mir das Spiel gerade echt auf den Sack ich weiß nicht warum aber es scheint zu backen ne das geht nicht das geht nicht das geht nicht das geht nicht kann man nicht drehen wenn es wenn es wenn es recht am schießen ist muss ich das irgendwie von der anderen Seite machen so link dann drehen wir das einmal in die andere Richtung also ich muss nochmal alles klar gut das geht automatisch kann es auch nicht abbrechen jetzt mal den Kollegen hier der böse ist ja genau das scheint richtig zu sein je alles klar aber hier war noch was und ich denke ich muss auch warum sind das warum sind da mehrere Kugeln eigentlich brauche ich da noch welche auf der Seite ich weiß es nicht hier ist nämlich noch ein Turm dann gehen wir mal rauf oh sorry das war meine Schuld boah schon 20 Minuten und ich ähm ja ich glaube da komme ich noch nicht weiter da ist ein böser Kollege und da scheint es auch noch nicht weiter zu gehen jp also nochmal zurück hätte ich vorher geguckt sollen ich depp aber egal hier geht es ja weiter so what the fuck alles klar das hat mich sogar erschreckt Gewitter auf einmal Sommergewitter ach du scheiße ich habe auch noch Fenster auf oh ne oh ne der ist böse oder hä waren die nicht böse kann ich hier irgendwas machen alter ich bin grad voll erschrocken oh ok ich muss weitergehen oh die sind böse das weiß ich genauso wie das Gewitter bei uns ok da kann ich mich oben dranhängen mit Gewitter im Hintergrund ja komm schwing dein ding ja komm darf ich spielen danke ähm noch blanks wie geht das scheiße ich war doch irgendwie mit Schildattacke alter alter boah wie war das nochmal er ist irgendwie ab ja ne der helmspalter moment moment wobei ich jetzt hier nur scheiße mache äh äh helmspalter visio mit z an greife ihn durchdrucken von a an nachdem mit deinem schild hehehe ja mach ich doch äh äh ja oh alter alter ok es geht nicht ja alter ich weiß dass ich da früher schon verreckt bin an dem an dem penner wir müssen das holen ja super alter ich will den scheiß helmspalter machen ah ok dann hinten treffen oder einfach auswischen scheiß auf den helmspalter ja jetzt ging's na komm alter du machst mir echt angst scheiße komm ich auf link ok ich hab ihn noch erwischt ein paar mal uh weg der ist echt heftig der ist echt heftig wenn man sich dumm anstellt alter ich bin fast tot nein ok paar mal habe ich ihn noch who the lady wie viel hält der denn aus komm ich bin auch so dumm oh gott sei dank alter dass ich den noch geschafft habe obwohl der richtig bescheuert ist und ich mich echt dumm angestellt habe die musste ich gar nicht mit dem helmspalter machen das war irgendwie ein anderer gegner oder mit der anderen keine ahnung wir bekommen da was schönes gefällt mir doch ja der part war nicht so gut tut mir leid also ich war sehr verwirrt du ältsin morgenstern eine riesige eiskugel von enormer zerstörungskraft ok damit können wir jetzt Eis und so kaputt machen oder auch felsen in der in der gegend halt in der ebene in der weite keine ahnung ok gut also wie gesagt ich war sehr verwirrt sind trotzdem noch ein bisschen weit gekommen aber ja gut wir müssen da rein machen wir aber im nächsten part dann holen wir uns eventuell die scherbe oder nicht den schlüssel wenn der da drin ist man weiß es nicht oder moment wir gucken kurz mal rein wir holen das und dann sehen wir ja weiter dürfte ja nicht noch ein gegner warten ok wir probieren wir gerade mal aus dem morgenstern an den kollegen hier ja und noch feuerwehr oder so ein scheiß so alles klar der morgenstern ist cool der macht sehr vieles kaputt bäm den rubin will ich wie wisst ihr 100 die und wir öffnen das ding hallo du hältst ort und ziegenkäse dieser käse wird aus der milch von ordonner ziegen hergestellt toll schon wieder etwas zu essen war doch klar die war so unsicher da musste es ja so kommen naja egal vielleicht fällt ihr doch noch was ein gehen wir zurück ja wir gehen gleich zurück also beziehungsweise im nächsten part hier noch alles äh der ist cool der gefällt mir okay gut aber ich werde sagen das war's für diesen part und wir sehen uns im nächsten macht's gut und tschau tschau das war's für den die die Vielen Dank.